Musik Was ist nix, Alter? Wir haben doch gesagt, wenn wieder was ist, sollst du zur Therapie gehen, Alter. Wir haben doch gesagt, hör doch auf mit der Scheiße. Boah, es ist einfach so schwer, Alter. Warum wirst du denn immer rückfällig, Mann? Boah, es ist so schwer. Boah, Alter. Ich sag Germischheit, okay? Brauchst du Wasser? Brauchst du Wasser? Ey, Mann, mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß. Hör auf. Rico, Mann, ey, wirklich. Hör auf. Hör auf. Wo sind wir denn heute? Äh, Oderbruch. Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt. Und was hast du schon so gehört über Eisenhüttenstadt? Äh, dass mein Handynetz schon polnisch ist. Hey. Hey, na? Na, Bräuler, du kleiner Clicker? Klickst du wieder weit ran? Ja, ich mach hier wieder, äh, meinen Job. Mein Job ist nämlich vielfältig. Und den kann man nicht einfach so machen. Dann brauchst du eine spezielle Ausbildung. Und zwar zehn Jahre lang saufen und von Vatern verdroschen werden. Dann machst du das auch. Herzlich willkommen zum Flug vom Eisenhüttenstadt nach Berlin. Ich hoffe, Sie haben Spaß und wir fliegen dann mal. Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Für euch geile Fotzen ist dieser geile Fotzen-Song. Vor allem Party, Feierungsfrauen hat es wieder mit dabei. Und dann, Hände. Hallo. Mir brennt immer noch der Arsch. Und der ganze Schädel. Ja, zwei Stück in der Werbe. Aber jetzt vom Kacken, halt. Ich hab jetzt hier... Oh, ihr Mist. Jetzt genau wird das so, wisst ihr? Und dann, ich werde hier, bin wieder das dritte Rad am Waren. Ja, du brauchst es später. Ja, du brauchst es später. Ja, du brauchst es später. Ballern, ballern, muss sie ballern. Ballern, muss sie ballern, muss sie ballern, muss sie ballern. Ey, dit muss... Ballern! Rot, gelb, blau, lass den Urmenschen heraus. Hey, hey, hey. Ballern! Willst du auch? Nimm das Ticket, leg es rauf. Ballern! M&M, Schuppertschipps. Ballern! Donald Trump, fähig drauf. Ballern! Für die kleinen, toten Körpers. Ballern, muss sie ballern, muss sie ballern, muss sie ballern. Ballern! So, Finchis Fiesta-Tour geht weiter. Wir sind auf dem Weg nach Bonn. Wie man sieht, sitze ich nicht in Fiesta. Ganz einfacher Grund. Aus dem, äh, vom, äh, vom Konzert Eisenhüttenstadt zurückgefahren. Und, ähm, schon gemerkt, er zuckt immer so ein bisschen, er ruckelt ein bisschen. Irgendwas ist mit dem Motor. Auf jeden Fall muss ich nicht in seiner Werkstatt. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen, äh, dass wir auf der Hälfte der Strecke stehenbleiben. Und deshalb sind wir jetzt mal mit dem ekelhaften Auto unterwegs. Howdy, Partner. Das Rot, Alter! Zieh dir gleich deine, äh, deine Seele über den Kopf. Liegt dir Perücke vom Schädel. Das ist hier für die, das ist hier sowieso hier, äh, Cyborg. Ich weiß nicht, welcher Designer sich damit sowas ausgedacht hat hier. Messejelände. Äh, 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 sehr viel Scheiße im Hals und so. Aber wer sich das ausgedacht hat hier mit so einem Raumschiff, Alter, sieht aus wie bei Star Trek. Wärmenschutz 80, Alter, was los, ey, ich fahre 118. Also mal gucken, wie sie aus den Betten fliegen. Wenn du ne dicke Karre hast, denken die Frauen, du hast ein dicke Konto. Wenn die Frauen denken, du hast ein dicke Konto, bekommst du die dicken Weiber. Die sind schön. Die strengen sie wenigstens noch an. Glotzen so, die Scheibe einschlagen. Guckst du denn so mal an? Ja, ich fahre ein Mercedes und jetzt sollten wir auf die menschliche Seite achten und nicht immer auf die Karre gucken. Das starrt doch nicht so, Mann. Denken immer alle nur, weil ich ein Mercedes fahre über den abgehobener Mensch. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin ein abgehobener Mensch, weil Kokain nehme. Das stimmt. Guckst du denn so? Ah, wir haben den Drip. Warum macht er den Nebel Schlussleuchter an? Kann ja keine 50 Meter kicken oder was. Seht gleich schön, ich fahre die gleich hinten drin und mache die Dinge aus, Alter. Boah, Seat, jetzt fahr rüber. Pornomafia, Mafia gehören mit dazu. Meine Kohle erlaubt mir im KDW dich zu fressen, weil ich besitze Geld und hübsche Hostess. Ich bin Sexkönig. So, wir sind angekommen in der alten Bundeshauptstadt. Wenn man mal überlegt, Berlin ist die neue Hauptstadt Deutschlands. Und Bonn war ja damals, das wisst ihr vielleicht gar nicht, weil ihr so jung seid, war ja damals die Hauptstadt von Deutschland. Von der BRD. Dicker, hier ist Hotel. Hier ist Hotel. Die Berliner sind da, doch ich bin Brandenbäuer, ich singe Schalala und ihr lackiert nen Mofa. Hey, wir sind heute in Bonn, das ist Bonn, nicht Paris, Dicker. Hallo. Hallo. Ich habe heute meinen zweiten Probetag als Praktikant von Boiler und schon wieder guckt er. Ich müsste mal... Ja, Boah, Kloos. Nur Probleme. Mach! Hey, hier ist der, Alter. Drachen, los! Drachen, los! Und auf eine gute Show. Das sind 8 CL. Bist du steif, was du aufgeteilt hast? Wird immer mehr, Alter. Rappst du hier von Alkohol und Trunk. Dein Jägermeister kannst du hier in den Arno stecken. Alle ready machen, Leute. Und auch hier ist man in die Wand laufen. In 20 Minuten geht's los. Boah, lecker. Ich habe gar kein Problem. Super. Mann, weil du die Scheiße jeden Tag säufst. Lecker. Das ist auf dem Rett. Einfach lecker. Das schmeckt wie Kacke. Einfach lecker. Ich brauche halt laufend Bezid. Da läuft mir der Geifer aus der Schnauze. Ruf mich an. Eigentlich wäre an der Stelle der Scootermann. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scooter an. Also ruft mein Manager den Manager von Scooter an. Doch es geht die Mailbox von dem Manager von Scooter an. Eigentlich wäre an der Stelle der Scootermann. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scooter an. Anfangs dachte ich doch, das klappt. Das ist ein guter Plan. Einmal in meinem Leben, hyper hyper mit dem Scootermann. Scheiße. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scooter an. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scootermann. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scootermann. Scheiße. Ich würde so gerne ein und fangen mit Scootermann. Untertitelung des ZDF, 2020